Willkommen zurück zu Casey. Was ist denn jetzt wieder los mit dir, Alter? Ich verkommen nicht drauf klar, ey. Ich meine, es ist doch klar, dass wir jetzt ein Video raus haben, wo die Beta da ist, oder? Ja klar, immer. Nice, perfekt, go. Würde ich sagen, gehen wir mal zu Prison, oder? Vielleicht finden wir da was Neues. So geil, Alter, was ein Start wieder, Mann. Und du wirst den Zombie wirklich nicht prügeln, ja? Ne, warum denn? Das ist doch... Was soll das? Meine Stimme kackt voll ab, gerade wegen dir. Jo, wahrscheinlich meinetwegen, oder? Ja. Es lag auf jeden Fall an gestern. Es lag auf jeden Fall an gestern. Basel-Volks... Ne, was war das? Was war das? Nein. Herbstmesse. Herbstmesse, nice. Ja, geil, Mann. Ja, freust du dich ein bisschen auf Daisy? Ich muss sagen, ich hatte ja überhaupt keinen Bock so, ne, Daisy. Aber ich hab jetzt doch mal die Beta gespielt, so gestern ein bisschen. Wollen wir schon sagen... Also... Hat Bock gemacht? Kann man spielen. Also es ist schon so, dass ich überrascht bin, muss ich sagen. Ja, bist du so ein bisschen auch gehypt und so? Bisschen schon, ja. Ich mein, wir versuchen jetzt für zwei Stunden aufzunehmen. Aber es geht halt nicht. Doch, jetzt schon. Hoffe ich. Gleich wieder Crash, Mann. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das Geile ist, es gibt halt auch gemodete Server, ne? Wie zum Beispiel den hier. Ja. Kann man da schon von gemodetem Server sprechen? Ja, eigentlich schon, weil man kann schon in der Ferne was erkennen, was neu ist. Wow. Und ich würde sagen, in der ersten Folge, heute, ja. Gucken wir uns das mal an. Oh, was? Wenn der Boss das sieht, Mann. Der schlägt uns mit der Brücke weg. Wenn das der Boss sieht, ne? Der tötet uns, Mann. Ja. Ich bin mal gespannt, wer das Video guckt so, ne? Also ich hab jetzt in den letzten Tagen, Wochen so auf Facebook auch nochmal so die ein oder andere Nachricht gekriegt. Hier, Grüße gehen raus an Angelo und Markus, wann wir denn mal wieder Videos machen würden. Angelo, Markus, schöne Grüße an euch, ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie lange das durchfällt. Ich weiß es nicht. Lange? Ein Jahr meinst du wieder? Mindestens. Locker. Ne, es war ja länger als ein Jahr damals, ne? Ja, ja. 400 Tage. Oh mein Gott. Überhaupt nicht stressig. Ne, einfach mal gucken so, was wir jetzt hier erleben können. So, du hast keine Gasmaske, sagst du? Ich glaub, die ist sehr, sehr wichtig, ja. Ja, by the way, man braucht anscheinend hier ne Gasmaske, um auf die Insel zu kommen. Wir testen das natürlich jetzt gerade mal. Du hast eine, hast du gesagt? Ja. Weißt du, man kommt auf das Haus übrigens, ne? Ey, das kann man gleich machen. Ich find die Leichen so geil, Mann. Du hast keine Gasmaske, pass auf, ne? Ja, was? Als ob die kontaminiert sind, Mann. Du hast ne Bomberjacke, hast du Bock? Du bist ein richtig krasser Bomber dann. Bombenstimmung, oder was? Oh, geil, ich bin voll beim Instant drauf gekommen. Shit. Ich bin... Achso. Naja, du musst jetzt noch da oben drauf. Aber ich würd sagen, das versuchen wir jetzt hier nicht 15 Minuten lang, oder? Ja... Oh, shit! Vielleicht 10? 10 Minuten lang, vielleicht? 10 Minuten kann man... Oh, scheiße! Was, was, was? Ich bin daneben gesprungen. Es fehlt... Es fehlt halt noch die Kletteranimation, ne? Kann ich jetzt schon schneiden. Ja, dann muss ich sagen... Das kann ich jetzt schon... Also, dann muss ich sagen, hat Patschi, Daisy, doch das ein oder andere noch voraus? Das Klettern, ja. Ja. Fuck. Jetzt musst du doch hier easy gehen, warte mal. Ah, du musst auf dem Reifen vielleicht. Egal, ich versuche das jetzt nicht mehr. Einmal noch. Okay, noch einmal machen wir das und dann... Last try. Gehen wir aber langsam rüber und... Wir wollen ja die Leute nicht auf die Folter spannen, ne? Ist ja alles neu hier. Die Leute kennen das ja noch gar nicht, die Brücke, ne? Es ist... Komplett neues Feature. Auf jeden Fall. Hast du das ernsthaft geschafft? Na klar. Was denkst du denn? Alter. Komm schon. Ja gut, auf jeden Fall kommt man da auf Staff. Wir haben es jetzt gesehen, oder? Ja, hier haben wir es gesehen. Nice, perfekt. Go. Alles klar. Geh mal rüber. Auf der Brücke gibt es auch ein bisschen Loot, musst du ein bisschen gucken. In den Autos? Überall generell. Containerautos, ja. Sag mal, wie du eine Mosin-Munition findest. Auf jeden, du hast ja eine Mosin am Start, ne? Schon nützlich, muss ich sagen. Pumpkin-Muni bitte auch mitnehmen. Oh, by the way. Ja, by the way. Wenn ich die endlich mal loswerde hier. Oh Gott, es kommt, was denn? Ja, die Pumpkin-Munition. Achso, Alter, hast du Pumpkin-Munition? Ganzes Päckchen. Oh, ja geil. Drop mir doch diese geilen Dinger da. Lichter vom Auto. Muss ich da noch hinrennen, oder was? Ja. Ja, geil. Packen wir doch die Scheiße erstmal aus. Aber sag mal, diese Brücke ist nicht Standard, oder? Ich glaub, die ist jetzt... Das ist gemoddet, ja. Das ist gemoddet, ja. Also auf den normalen Daisy-Servern gibt es sie nicht. Ich fahr jetzt noch früher, ne? Mit den Trucks immer. Ja, Mann, das war geil. So, wir reloaden die mal. Wir können uns tatsächlich wehren, ne? Du hast ja auch eine schießbare Waffe, oder? Eine schießbare? Ja, ich hab eine FX. Ja, was heißt schießbar? Also du hast Muni dafür, ne? Eine Waffe, mit der ich schießen kann, ja. Ja, oder so rum. Ist jetzt eine FX, oder? Wie der jetzt wieder auf dem Deutschlehrer macht, ne? Warte mal. Aber die Mosin heißt noch Mosin. Das finde ich gut. Keine rechtlichen Probleme. Ach, Quatsch. Mir doch nicht. Wo bist du denn schon wieder hin, ey? Naja, halt weiter und blute so ein bisschen. Aber hier liegt irgendwie nix. Du hast ne Cola übersehen. Danke dir. Was hab ich übersehen? Ne Cola. Brauch ich nicht. Achso. Ich bin doch schon wieder ein bisschen hungrig hier. Es gibt's doch nicht. Also es ist hier irgendwie nix in diesen Containern. Ja, was ging bei dir so ab die letzten zwei, drei Jahre? Erzähl mal ein bisschen was. Ich oder was? Bei mir? Bei mir? Gar nichts eigentlich, ne? Perfekt. Super. Bei dir auch nichts, ne? Nö. Okay. Ich nehm mal die Säge mit. Da kann man ein bisschen Basecrafting betreiben. Guck mal, es sind zwei Container auf einmal. Oh, geil, Alter. Sag mal, was ist denn da drin, Alter, ne? Schön. Jo, stimmt. Ja, was denn, ey? Hier, guck mal. Siehst du das wieder? Das rumbackt? Wart packen oben. Lol, what the fuck? Hä? Alles klar. Good job. Erstmal reporten. Ja. So. Ich hoffe, ich finde auch ne Gasmaske, ne? Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Und im Zweifel wechseln wir uns ab. Irgendwie. Ist das dann alles kontaminiert da hinten? Ich weiß das nicht. Ich war da noch nicht. Ach, du warst noch nicht ganz drauf? Okay. Ne. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Gefängnis... Also die linke Seite, glaube ich, nur. Bin mir nicht sicher. Okay, okay. Das kriegen wir schon hin. Irgendwann, glaube ich, mal auch ohne. Da drauf kurz. Zweifel legen wir einfach einen oben der anderen. Ja, ansonsten töten wir einfach den ganzen Server. Man, ist doch egal. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Es sind schon sieben Minuten rum. Was? Und wir haben noch nichts gezeigt? Ich pack fest! Oh ne, ganz gut. Wir haben noch nichts gezeigt, oder was? Das geht gar nicht, ne? Ne, ne. Die Leute fühlen sich jetzt auch verarscht, ne? Ja, ne. Klicken extra drauf, so. Folge 1. Mit den zwei Mongos, so. Das ist so eine billige Brücke. Ja, ne? Das ist lächerlich ein bisschen. Ja. Finde ich schlecht. Ne, finde ich echt schlecht. Also ich glaube, das fehlt nichts mit einer Gasmaske. Sollen wir einfach jetzt Gas geben? Ja. Ich versuch's einfach, ne? Ich seh's ja am Kreuz, ob ich irgendwie sterbe. Immer dieses Sterbe. Ich hab das UI ausgeblendet. Ach so. Warum? Brauch ich nicht. Was? Profi sagst du? Ja. Ja, ich brauch das halt noch. Ich bin halt noch ein Daisy-Anfänger, so. Ist denn sonst irgendwas neu da auf der Gefängnisinsel? Weißt du das? Hoffentlich Loot, man. Guck mal, die sind Handschuhe. Das stimmt. Ja, es gibt so Tactical Handschuhe. Die hab ich grad gesehen. Ja, ich hab auch welche an. Du hast auch welche an? Naja. Oh, das ist aber intim quasi, man. Nice. Was im Team? Ja, beides. Ja, beides. Ja, muss der Flachwitz echt sein. Musste der jetzt kommen? Ja. Apropos Flachwitze, wenn ihr da auch noch den ein oder anderen Gag habt, freuen wir uns natürlich über Content. Was ist das? Jumpsuit, check it. Ja, schreibt's einfach mal in die Kommentare, dann lesen wir euren Gag vor. Und grüßen euch, wenn ihr das mögt. Warte mal, bist du? Ich bin schon weitergelaufen. Ich bin nicht. Hi. Ich bekomm noch kein Damage. Ich weiß nicht. Also sozusagen, wir sind jetzt nur zu zweit und wenn der Content, also sozusagen die Inhalte doch mal ein bisschen dünn werden, dass man da einfach mal den ein oder anderen Gag... Oh, hier kennst du... Oh nee. Was denn? Ähm... Ja. Komm, hau raus. Flachwitz-Master. War da eine Stimme? Nein. War da einer? Bra, okay. Ah, pass auf. Ja, das war hier Google Assistant. Achso. Das Geile ist, der kann einem auch irgendwie geile Gags erzählen, ne? Okay, Google. Ähm, erzähl mal, erzähl mal einen Witz bitte. Klar, hier kommt ein Witz. Was ist weiß, kalt und rollt den Berg hoch? Eine Schneelawine mit Heimweh. Ohhh. Das war richtig schlecht. Oh Gott. Aber ich muss sagen, so prinzipiell ist das schon ganz cool so. Ja. Passiert Gags kennt, Leute, wie gesagt. Spamt die Kommentare zu. Hier liegen zwei... Und die besten wählen wir aus und dann, let's go, oder? Auf jeden. Die besten drei oder was? Machen wir zwei, drei. Ja, guck mal, wie gut die wir sind. Je nachdem, ne? Falls überhaupt einer gut genug ist. Oh, ne Weste! Also, hier liegt so ne SG-5K. Geil, nimm alles mit, man. Ich hab hier ganz viel SKS-Moon und... Was ist das? Eine Piss-Munition? Ja. Das ist natürlich schlecht. Warum? Weil ich die AKM jetzt... Oh nein, wir müssen da eh nochmal hin, glaube ich. Wieso? Weil wir looten müssen. Da oben. All diesen Kamu-Netz! Wozu Kamu-Netz? Was brauchen? Base-Building, glaube ich, ne? Klick's mal hin. Doch, wahrscheinlich. Doch, man. Bestimmt, Alter. Können wir irgendwas machen mit dem Ding, ey? Es ist verschwunden. Ja, find ich auch. Ja, total. Ich muss erstmal was essen. Warte, gehörst du? Hast du meine Zucchini hinterhauen? Na. So, Leute. Ich hoffe, ihr seid gehypt, ne? Ha! Würden uns über einen Like natürlich freuen, oder? Muss das jetzt schon losgehen? Es muss jetzt schon losgehen, Alter. Der Try-Hard ist wieder geworden, ja. Ist das wirklich, weil ich das ein bisschen erbärmlich finde an dir, mein Quart? Dass du nicht einsiehst, ist eigentlich selbstverständlich, dass das hier Premium Content ist. Ja, das stimmt natürlich, natürlich. Aber im Grunde erinnert man die Leute nur sozusagen an das, was sie ohnehin schon wollten. Ich hab das nur den neuen Leuten auf dem Channel bisschen beigebracht, ja. Die kennen das ja noch nicht. Warte mal, ich zieh jetzt mal die Gasmaske auf. Achso. Ich geh da ja nicht ohne rüber, ich bin ja nicht bescheuert. Du bist echt ein Lappen, ey. Ich muss doch ohne rüber, oder was? Weißt du, ihm ist es egal, wenn es dein Teammate hier irgendwie stirbt. Warte mal, also bei mir ist das Kreuz noch okay. Bei mir auch. Wahrscheinlich geh ich rein, bin instant tot. Hallo. Oh, wirklich? Ich hab schon mal meine Pumpkin am Start. nice, perfekt. Aber das, die Zone ist ja gar nicht kontaminiert, verseucht. Ich hab keine Ahnung. Hier ist eh nichts an, das tut. Lass hinten gucken. Bro? Meinst du? Ja, man. Ich geh hinter, ich mach jetzt bisschen Spannung hier. Also, ich find' das ist jetzt noch nicht spannender geworden. Okay, sorry. Hast du ne Tür geöffnet? Ne. Echt jetzt? Ne, das, das bin ich nicht. mir ist dann an dem... okay, über mir ist einer. Shit. Ja, besser labern, ey. Mal, laber doch nicht. Wo bist du denn? Ich bin ganz nach hinten gelaufen in den Gang. Ich bin auch vorne bei diesen Zellen. Weißt du, da, wo es das Food drin gibt? Da oben ist echt einer. Was bist du, Alter? Du bist so ein Lappen. Bro. Ja? Echt uncool, man. Echt uncool, ja. Ja. Echt uncool, man. Ist nicht uncool, ist einfach normal. Ist alles super. Also ich freue mich so, wenn wir ein paar Folgen aufgenommen haben, weißt du, dass wir so ein bisschen Routine wieder haben. Aber ich bin doch noch ein bisschen aufgeregt, so, weißt du. Zwei, drei Jahre nix aufgenommen, so. Verständlich, verständlich. Aber ich kenne das auch nicht mehr so uncut-mäßig, Daisy. Das kenne ich gar nicht mehr. Ja, das ist richtig, richtig krasses Gefühl. Ja, man, richtig krass. Eigentlich schneide ich ja immer. So, und hier ist jetzt Loot, oder wie? Hier ist irgend viel, was gerade mich anschreit, ja. Dings, haben wir eine FX? Du hast eine FX, oder? Ja, klar. Warte mal, wo ist denn, ich habe irgendwas gesehen. Hier, ist eine Waffe. Achso, nee. Ja, eine FX habe ich schon. Okay, ich nicht. Hast du noch ein zweites Mac? Ja, obwohl, scheiße, auf Pumpkin ist EOP. Ja, das war jetzt die Gefängnisinsel, oder was? Das war jetzt schon die Gefängnisinsel. Das Highlight war ja eigentlich die Brücke. Die Brücke, ja. Müssen wir doch mal genauer anschauen, wie das gebaut worden ist, ja. Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal hin, oder? Mit welchen Materialien und so. Was sagt dein Kreuz? Also, bei mir ist alles okay. Hier ist eine Autotür. Bei mir ist auch alles okay. Nimm die bei mir. Oh, Pumpkin Moon, nice. Wieso soll ich eine Autotür mitnehmen? Geht's noch? Soll ich denn ein Ferrari bauen, oder was? Jo. Eine Coojacket. Nee, C-U-U. Ich glaube, das ist die alte, ähm, wie heißt die? Wie hieß die? Aha. Was macht? In diesem Camo-Style. Alter, was macht meiner? Muss der kacken? Wieso hält er sich da hinten? Warte, zeig mal. Was macht denn meiner gerade? Ich weiß nicht. Was hat denn, hat der, hat der irgendwas gestochen? Ah, jetzt geht's wieder. Ich glaube, das ist schon die Auslegung hier von dem... Meinst du? Hat ein bisschen Hinternbrennen, oder was? Lass mal den Turm hoch und die Brücke angucken. Scheiße, Alter. Oh ja, das ist eine gute Idee. Oh fuck, hab ich gerade meine Dose getroppt. Können wir da oben auch noch Thumbnail machen, vielleicht. Meinst du, so richtig krass wie früher? Ja, ja. 15 Minuten aufnehmen, 3-Viertel-Stunden-Thumbnail machen. Best, Mann. Beste. Von nix kommt nix. Ist so. Naja, Beta, ne? Wer hat das gedacht, ey? Ohne Scheiß. Achso, ja. Ja, ansonsten meldet euch nochmal in den Kommentaren, wer noch so am Start ist. Ich hab ja dieses kurze Video auf Facebook gepostet und Twitter. Und ich find's halt immer so krass, wenn sich Leute melden, so Namen, die man von vor zwei, drei Jahren noch kennt, einfach. Oh ja, so ganz alte Hasen, ja. Mir fällt grad auf, ich bin in den falschen, oh nein, oh alles gut. Ich bin in den falschen Dings hoch, falsches Gebäude. Gut. Find ich gut, ne? So nach drei Jahren der Easy-Erfahrung. Good job. Okay, also ich weiß nicht sozusagen, wie weit deine Render-Distance ist, aber meine ist, also... Millionenweit, also Millionenweit. Also ich hab mir das ein bisschen cooler vorgestellt von hier oben, lass mal runter. Ist nicht so cool? Ne. Ist nicht, okay. Dann komm ich nicht mehr hoch, ne? Ja, gut. Dann würd ich sagen... Ich find hier nicht mehr... Ah, doch hier. Ja, was würdest du sagen? Dann kommen wir nochmal zur Brücke, würd ich sagen. Und dann... Würde ich sagen... Würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen. Ja, lass mal vorm Prison treffen, oder? Und dann... Ja, ich bin schon vorm Prison. Nice, good job. Dann müssen wir halt irgendwann jetzt langsam dann auch in den Norden. Ich würd sagen, vielleicht nach Kamenka später. Ja, auf jeden Fall. Da gibt's noch eine Military Base und dann... Oh, sieht aber schon... Oh, hieß das aber schon sick aus, oder? Bisschen. Leute, gönnt euch diesen Anblick, ja. Das ist geil, ne? Wie weit kannst du gucken? Bis ins andere Ende. Ja, ich auch gerade so. Ja. Das ist doch mal was, Leute. Eine Brücke zur Gefängnisinsel. Anstatt sieben Minuten zu schwimmen, einfach kurz rüberjumpen. That is it. Hier, kennst du das? Was kenn ich, du? Kannst dich sofort bewegen. Du kannst dir deinen Lagerfeuer aufbauen, Alter. Ja, auf den Stein, oder? Ja, Mann. Alter, komm, ich bin hier voll rein. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen... Was? Zur Brücke, oder? Nee, komm. Das hat dir jetzt alles gesehen. Nee, Mann. Ich geh nochmal zur Brücke. Ja, perfekt, nice. Dann gehört euch noch die letzten 20 langweiligen Sekunden bei Lucy. Alter, was ist los mit dir, ja? Und was denn? Direkt mir das so ein Diss an mich, ja. Wieso? Das ist so normal, Alter. Ich versuche hier nur, diesen Premium-Kontern wieder an die Masse zu treiben, ja, ne? Jo, Premium. Da ist einer auf der Brücke, Bro. Echt? Ja. Kein Scheiß. Nice. Ich würde sagen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Bis dahin, Leute. Ciao. Liebe Leute, das war die erste Folge von DayZ, 19 Uhr mit PunktkommaNull und mir. Ich hoffe, euch hat der Start schon ein bisschen gefallen. Meine Stimme ist ein bisschen, naja, während der Aufnahme ein bisschen abgestürzt. Darum esse ich jetzt mein, oder lutsche ich jetzt mein Ricola. Oh, Mann. Und wir sind dann in der nächsten Folge. Wie es dann weitergeht, erfahrt ihr natürlich dann. Wir versuchen, so viel wie möglich aufzunehmen, natürlich, und Folgen hochzuballern. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich würde mich in Form von Likes und Kommentaren sehr freuen, Leute. Und dementsprechend schaut bei Daniel vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Leute.